Ah, dafür gab es ja wieder andere Möglichkeiten. Okay, das ist schon mal keine Tür. Geil, nochmal kurz umschauen hier. Beziehungsweise ist es jetzt keine Tür, die wir öffnen können. Zumindest erstmal scheinbar. So, hier müsst ihr am besten wieder pausieren, wenn ihr das lesen möchtet. Ja, ich weiß, ich sag's immer wieder. Das ist aber halt so, für die Leute, die jetzt so mittendrin in diesem Projekt einschalten, ja. Wird da sicher nicht jeder von Anfang an dabei sein. Was geht noch alles in Schusses Welt? Werden Sie Ihre Seite überzeugen, abzuwarten, oder nicht? Sehen Sie über die Mauer. Unsere Stadt schwelt noch. Ich hab es gesagt. Schieben Sie die Schuld ruhig auf die Black Hand. Weck der Will keine Wahrheit. Es will Gerechtigkeit. Zu welchem Preis? Sie standen nie vor der Vernichtung. Wir schon. Glauben Sie mir, das ist es nicht wert. Leute wie wir haben das nicht zu entscheiden. Wieso? Wieso lassen wir das andere für uns tun? Wieso dürfen Sie uns wegwerfen? Unsere Leben bedeuten Ihnen nichts. Okay. Das ist immer erstmal so ein bisschen verwirrend. Also, müssen wir jetzt... Oder gibt es hier noch einen anderen Terminal näher? Okay, ob das jetzt was... Ah, okay, doch. Wollte ich schon sagen. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal wieder zu Schaltdämpferpistole. Ich glaube, die Stelle war nicht gerade einfach. So kann ich mich ein bisschen dran besinnen. Also, ich glaube, hier habe ich noch weiter gebraucht. Ich weiß es aber nicht mal genau. Achso. Wir sind dabei, alles abzusperren. Zu Fuß kommen wir nicht rüber. Ich versuche, die Transitsteuerung zu erreichen. Weckung. Ich gebe Ziele durch. Okay. Okay, den Moment, der Hocker. Gibt's Neu-Hilfe und der Gana. Der hinterlässt hat eine ziemlich spurtige Spur. Das heißt, der Gehilfe von denen, die in den Führungszentren geben nichts, um das sie vermasselt haben. Und es kommt gleich heiß durch. Achso. Feuer einstellen. Da kommen Teams rein. Sie werden von Angriffstunden eskretiert. Hören die das? In der Nähe sind unterstützende Teams. Der einzige Weg hier durch ist der Ritt auf einem Container. Das ist auch cool gemacht. Und die Kamera noch. Gut gezielt. Ich muss rüber zu diesen Kontrollen. Ich habe eine Wache im Turm gesehen. Erledigen Sie sie, wofür Sie mich entdeckt. Was, wo? Ach, tut er. Sie getroffen. Ich bin bei der Steuerung. Ich schicke einen Container zu Ihnen. Diese Dichung fängt immer wieder aus. Weiter Kohlschutz an der Lampe. Ich schicke einen Fall. Na, solche Teile gab es glaube ich in Teil 3 auch. Also, die gab es in Teil 3 auch. Ich weiß aber jetzt gar nicht. Aber es gibt auch schon einen zweiten Teil. Was? Wo? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Die hat irgendwas gesagt. Gehen Sie im Container in Deckung? In welchen Container soll ich denn in Deckung gehen? Ich war auf den Containern drauf. Hä? Das will ich jetzt wissen. Ich meine, die sind dazu. Oder sollte ich hier rüber gehen vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber die hat gesagt. Gehen Sie im Container in Deckung, oder? Oh, hier ist ein Einlass. Wer rechnet denn damit, dass so eine Leiter im Container ist? Wer baut denn solche Container? Na gut, der Helga ist vielleicht. Ja, aber trotzdem. Was ist denn mit dieser Lampe? Zwei Zogen. Ich habe in Kontakt zu oberen Hemway-Fanel. Wir haben den Kontrolltriff. Kurschutz, der Turm. Der Träger ist hier. Halte die Augen. Die Eltek ist weg. Aber in dem Turm vorhin sind jetzt ja. Erledigen Sie sie und drücken Sie dann vor. Ah, wurde hoch. Oder? Ich ziehe mich zurück. Okay, rein. Ja, ich war doch schon Trenner. Oder hätte ich von Trenner aus zielen können. Wäre auch möglich. Kurschutz, der Träger ist hier. Halte die Augen auf. Die Eltek ist weg. Ein Zogen vorhin ist solche Kräger. Erledigen Sie sich. Okay, die hätten wir. Ähm, soll ich jetzt wieder hoch? Ja, ähm... Ich gehe einfach mal hoch. Okay, die hätten wir. Ja, hier ist die Mauer. Aber es ist nicht mal weit. Ich bin aber echt gespannt auf den nächsten Teil. Wenn sich das bewahrheitet, dass hier ein neuer Teil in der Entwicklung ist. Wo kommst du her? Wir lassen sich leicht blenden. Wir leiden hier unter einem anderen Problem. Wir sind verzweifelt. Umgeben von Chaos und Gewalt. Wir sind nicht blind. Das wissen wir. Wir kennen die Wahrheit. Sagen Sie mir. Wer von uns ist frei. Sind wir nicht beide Sklaven? Ich tue es. Ich bitte Sie um Zurückhaltung. Haben die nicht gesagt, Suchscheinwärmung? Ich bin gerade etwas verwirrt. Weil genau das hier, dieses Trümmerfels... Ich dachte irgendwie, dass ich da durchgelaufen wäre. Also, sonst... Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Oder... Keine Ahnung. Ich bin nämlich gerade etwas verwirrt. Weil, wie gesagt, hier dieses... Ja, ich kann gerade nicht ranzoomen, aber hier dieses... In der Grenze. Ich war der Meinung, dass wir dort durchlaufen konnten. Oder mussten halt. Und das hatte ich als ziemlich sperr in Erinnerung gehabt. Achso. Danke. Sie sagten, Sie wollten Massar töten. Stehen Sie dazu? Sonst würde ich nicht mehr glücklich. Ihnen ging es nicht anders. Los, wir sind bald da. Oh, da kommt jetzt noch mal so ein Bereich. Nein, hier ist auch schon die Mauer. Versuchen Sie irgendwie, das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Vielleicht ist hier irgendwo eine Spinnenmine. Hilfen Sie mir, bis ich in Position bin. Ich bin echt etwas verwirrt. Okay, hier haben wir jetzt noch mal eine Waffe. Ich würde eigentlich gerne die andere Waffe nehmen. Genau, die. Okay. Achso, ausreichend, weiter. Wie gesagt, ich hatte das total sperr in Erinnerung hier. Warte mal, können wir... Ah, ich wollte die Waffe wechseln. Äh? Ich würde gerne die Kameras zuschießen. Ja, irgendwie durften wir nicht. Okay, den noch. Wie ausreichend weiter. Ziel in Sicht. Ziel getötet. Okay, jetzt ist sie kaputt. Die halten bloß mehr aus jetzt, ha? Ziel markiert. Ja, kommt, kommt. Ziel getötet. So, ich geh mal andersrum. Okay, hier ist noch mal so eine Drohne. Ich weiß jetzt bloß nicht wohin. Die merken wir uns mal. Warte mal. Ja. Ja. Okay, die halten doch ein bisschen mehr aus als die andere, na? Oh, aber die halt nicht. Markiere. Ziel getötet. Sehr schön. Ja, das ist schon ein übelstes Teil hier. Warte mal, würde das jetzt die Waffe ersetzen? Oh, fuck. Ich hab, ich hab Adrenalin genommen. Oh, das ist jetzt nicht schön. Ja, und jetzt haut er die Waffe weg. Ich nehm die trotzdem erstmal. Oder auch nicht. Ja, ich lass die jetzt erstmal hier liegen. Okay, hier hoch müssen wir. Ja, hier liegt so viel Munition. Das heißt, es wird gerade dort noch übelst rumknallen jetzt gleich, ja? Äh. Wollte ich, sag mal, ich hatte jetzt gar keine Inputs für jetzt, äh, ja, Ausscheiden. So. Okay, ich wusste es. Okay, der scheint wohl kaputt zu sein, ne? Weil sie sagt, den neuen. Okay, da lassen wir den fallen. Ah, ich will den fallen lassen. Ähm. Hä, was jetzt? Okay, dann müssen wir den jetzt wahrscheinlich mitnehmen. Ja, komm. Das Ding gefallen. Oh, wächst mal an die Waffe. Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist ja doch so ein... Oh, ja, warte, dann nehmen wir jetzt. Komm, ich hab doch gerade irgendwo so ein fettes Maschinengewehr gesehen, oder? Na, die liegen alle irgendwo hier draußen rum. Boah. Das war jetzt echt Mist. Sie richten ihre Quadranten neu ein. Sie werden jede Sekunde hier sein. Ist natürlich auch, äh, sehr blöd, dass der Checkpunkt genau hier sein muss jetzt. Weil ich würde gerne vorher nochmal die Waffe holen. Also die große. Das machen wir jetzt auch. Wenn wir die irgendwo finden. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Damit wir mal eine bessere Deckung haben. Na, kommt. Hier ist auch noch einer. Hä, war da nicht gerade einer? Ach so, ja. Na, kommt. Bis zum nächsten Mal. zin